Data Quality Expert bei der ING. Was macht man eigentlich den ganzen Tag? Naja, es ist so, die älteste Person der Welt ist im Jahr 1904 geboren. Das heißt, wenn bei uns auf einmal Datensätze auftauchen von Menschen, die 1850 geboren sind, dann kann da natürlich irgendwas nicht stimmen. Das heißt, was machen wir? Wir entwickeln Regeln, die über Millionen von Datensätzen laufen, anhand verschiedener Kriterien. Sind die Daten vollständig? Kommen sie rechtzeitig? Und das machen wir jeden Tag und prüfen so die Daten. Falls du auch Lust hast auf technische Themen oder IT bei der ING, bewirb dich jetzt. Wie viel Zeit habe ich noch? Perfekt!